recht herzlich willkommen zur 99 folge von city skylines ja wir haben letztes mal ein bisserl max miller beobachtet was der so auf dem nachhauseweg treibt und naja dann halt irgendwann in der u-bahn hängen geblieben der ist unten weg gefahren und wir sind nicht hinterher gekommen leider gut jetzt machen wir gerade die feuerhaufen mal weg wieder gebaut werden kann aber können noch mal durch gucken was weg machen da brennt aber da ist auch die feuerwehr da aber sieht nicht so aus wie sieht es denn hier mit feuerwehr aus eigentlich gut abgedeckt dann werden ja auch gleich kommen denke ich war muss wir fahren dann noch vorher ist die feuerwache komisch ja vielleicht sind wir einem anderen ort im einsatz das kann natürlich auch seine weiß man nie so hier weiter geguckt schick aus tageslicht hell selten spiel aber das ist der tag nacht wechseln er muss weg geld stimmt 230.000 noch mal wieder wir können allerdings auch ein bisschen expandieren wäre vielleicht sinnig dass wir mehr haben weil da unten wie man sieht ist alles verlangt da ist räumung beendet das waren friedhofen weiter gucken sieht alles gut aus lässt sich boden da kann man im haus abweisen tja da hat es gebrannt so dazwischen weg fertig so und was wir brauchen ist mehr der industrie raum den können wir ja auch ganz locker anbieten eigentlich die reihe machen wir voll und da machen wir diese weg hier dann machen wir nachher noch ein paar dinge ziehen sag schon kommerz die wollen mich auch flächen haben jetzt kommerzieher auch genug kommerz oder obwohl die wollen noch ein bisschen mehr oder noch zwei drinnen hier geht noch eine reihe oder noch ein paar grundstücke da drüben haben wir sowieso was dann kannst du auch noch machen da geht nix ok hier ist noch ein bisschen was verlangt ja da kann nachher noch industrie hin so und wir brauchen ein bisschen wohnraum niedriger wohnraum und hoher wohnraum jetzt gesagt lassen sie immer hohen wohnraum hin machen so und hier machen wir mal niedrigen noch hin das sind wir frei da kommen wir nur ein straße nach hinten machen Da kann man noch einen Raum in den Raum machen. Die lassen wir mal frei. Und machen wir da so. So sieht gleich schick aus oder? Richtig viel. Da haben wir gesagt, lassen wir frei. So ist alles zurückgegangen. Alles gut. Dann können auch mehr kommen. Was haben wir für eine Zahl? 288, das ist das Geld. 73.000. Ist schon mal was. So, super. Da ist noch alles voll. Geleert noch. Da ist nichts passiert. 6% war der nicht her. Ne. Okay. Das muss woanders gewesen sein. Oh, da fehlt Wasser. Fast. Weg ist es mit dem Wasser. Gut. Äh. 2 da. 2 da. War hier nicht mit dem Donner. Irgendwo einer. Ich glaube nicht. Sieht alles schick aus. Die ist noch nicht leer. Dauert noch an. Gut. Da kommen noch ein paar Leute dazu. Beziehungsweise. Ne. Die kommen nicht. Die sind ja zufrieden, ne. Zu kommen. Aber auf jeden Fall auch welche. Gut. Äh. Landschaftsbau. Was denn da? Achso. Da können wir was verändern. Das wollen wir nicht. So. Wirtschaft. Da haben wir noch nie so groß was gemacht. Da können wir jetzt mal reingucken, ne. Das ist das, was die Leute an Steuern bezahlen müssen. Unser Budget können wir auch verändern. Statue ist alles gut. Ja. Könnte man Darlehen aufnehmen. Brauchen wir aber zur Zeit nicht. Ja. Einnahmenausgaben. Sieht ja auch interessant aus. Ausgaben. Fällt weg. Jetzt haben wir hier. Richtlinien. Okay. Stromverbrauch. Wasserverbrauch. Verteilung von Rauchmeldern. Die Schule ist aus. Okay. Kostenloser Nahverkehr. Kostenloser Nahverkehr. Hm. Das würde ich ja gerne machen, ja, ne. Ist das dann überall, oder? Sieht wohl so aus. Gut. Steuerung. Ja. Kann man das machen, ne. Hightech-Häuser. So. Kleine Unternehmen kommen dann da oben und so, ne. Aber eigentlich läuft's. Mal sagen unsere Statistikseiten. Sieht auch gut aus. Tote sind ein paar zu viele, ne. Gewalt sind Tote. Die müssten mal abgeholt werden. Wasser. Alles blau. Müll. Müll. Müll ist ein Problem. Hm. Glücklich sind sie fast überall. Stufen. Ja. Verkehr. Habe ich jetzt bisher immer nur unseren Lkw-Ferkehr geguckt. Okay. Wir sehen hier, dass da auch wieder was los ist. Aber da stehen auch schon zig Müllwagen mit drin, ne. Die machen den Stau da auch. Mann, Mann, Mann. Da ist auch rot und stehen da auch wahrscheinlich Müllwagen, ne. Was geht eigentlich? So lange ist der Stau da gar nicht. Wie gesagt nicht, die Autobahn hat keine... Tatsächlich gingen alle von Autobahnen runter alles. So, da haben wir jetzt den neuen Weg gefunden und der ist hier lang, ne. Nee. Interessant. Da fährt nur einer vor, ne. Mann. Der Kreisverkehr steht. Ist mehrspurig, aber interessiert keinen. Oh Mann. Da kann man aber auch nicht ganz viel dran ändern, ne. Das ist ein Manko im Spiel, würde ich sagen. Warum fährt da nur einer von denen? Hm. Unser Schlimmsten ist ja dieses Stück hier, ne. Mann. Sieht da schlecht aus. Guck mal, hier passt irgendwas nicht, ne. Der muss jetzt mal weg. Geleert werden. Irgendwas passt da nicht. Aber was willst du machen? So, guck mal weiter. Lärmbelästung. Oh, das sieht ja schon krass aus, oder? Aber den hast du überall. Da kannst du auch nicht ganz viel dran ändern, denke ich. Äh. Strafällig ist hier kaum einer geworden, denke ich. Alle Häuser blau. Sieht gut aus. Bevölkerung. Achso, die Häuser sind dann bunt. Junge Erwachsene. Ne. Hauptsächlich Familien. Da unten steht's drunter. Und hier sind's hauptsächlich Erwachsene und Senioren. Da müsste man näher ran suchen, aber die sitzen auch überall zwischen. Ist gemischt. Ist ganz gut, denke ich. Durchschnitt der Bodenrichtwert. Blau ist billiger. Grün ist teurer. Und hier haben wir sogar billige Wohngebiete da oben. Na dann. Alles grün im Bereich. Stadtviertel bauen wir jetzt nicht. Kalenderhöhe ist auch nicht so wichtig. Wasser melden die sich. Haben wir aber noch was auch. Schulen. Und Schule. Schlecht. Oberschule geht so und Uni ist gut, ne. Passt ja wieder. Ja, dann sollten wir vielleicht nochmal ein Schulsystem dran, ne. Äh. Da oben war's. Jetzt hat's zugemacht, ne. Bildung. So. Ja, steht da so Bildung da nicht so dolle ist, ne. Ah, wenn ich hier gucke. Die Häuser sind alle blau. Mann, 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 Mann. Hier ist's ein bisschen schwächer. Ach komm, da machen wir sie da hin. Fertig. Vielleicht müsste man hier vorne noch was machen. Geht mir Angst vorhin ohne was abzureißen. Zack. Gut. Schwulen sind erstmal soweit so gut. Oberschulen sind auch schlecht. Mann. Da hin. Da hin. Oberschulen. Wo bauen wir die hin? Vor allem, du guckst durch und die Häuser sind alle gar nicht mal so schlecht, ne. Hier können wir irgendwo eine Oberschule hinbauen. Sepp, die freuen sich. Die freuen sich auch. Alles gut. Hier fehlt's noch ein bisschen an Schwule. Hm. Das ist ein... Ja. Hier wird's hingehen. Bringt's das da noch was hinzubauen jetzt? Da kommt doch noch diese Müll... Ist das eine Mülldeponie? Ja. Wenn die wegkommt, kommt da die Schwule hin. Ganz einfach. Gesundheitswesen sieht ganz gut aus. Moment, postet der Auto hier gegend. Verschmutzung. Okay, die haben wir da. Ach, das habe ich letztens gesucht. Verschmutzung, ne? Guck mal, so schlimm ist die Verschmutzung hier gar nicht. Das Drehgebiet ist natürlich schlecht. Stopp, was ist das? Ach, schon wieder die Rohstoffe. Alles klar. Ja, aber... Das sind alles Lappalien hier, ne? Worüber sprechen. Hm. Nächste. Feuersicherheit. Die hatten wir letztens noch gearbeitet. Wo es da Flecken gibt, wo ich sagen würde, wenn's da brennt, brennt alles. Aber wir müssen das Geld auch wieder sparen, ne? Hausverkehr hat man auch schon geregelt. Ausgehende Verbindungen. Waren Erzprodukte. Ja. Überall gibt's was hier. Ölproduktion. Ja. Das Grüne ist sogar da. Waldprodukte, Ölprodukte ist dunkelblau. Achso. Ja, die hatten wir hier hinten, ne? Ja. Und jetzt brauchen wir nur die Agrarprodukte. Die waren da oben. Alles vorhanden. Ist doch cool, oder? Ja. Ja, hier ist Agrar. Naja. Und Freizeit. Freizeit fehlt. Einzigartige Gebäude haben wir auch. Gut, da müssen wir noch dran arbeiten an der Freizeit. Das können wir ja dann in der nächsten Folge machen. Ich denke, für diese Folge soll's reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.